Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Elektronik hier bei EHIO. Wir haben uns das letzte Mal Effektivwerte vom Sinus angeschaut. Hier nochmal der Sinus im Oszilloskop zu sehen, wenn ich jetzt hier auf meinen Signalgenerator schaue. Ich habe hier auch noch andere Kurvenformen. Ich habe hier eine Dreiecksform, ich habe hier eine Rechteckform und ich habe hier auch noch so etwas anderes. Das nennt sich PWM. Was das jetzt für Signalformen sind und was die für ein Effektivwerte und so weiter haben, das schauen wir uns in dieser Folge an. Wir wiederholen nochmal ganz kurz. Wir hatten hier oben an dieser Seite unser U-Dach oder unsere Spitzenspannung vom Sinus. Wenn wir den Sinus gleich richten, also die negative Halbbilder, der eigentlich hier nach unten weitergeht, mit einem Brückengleichrichter zum Beispiel nach oben klappen, rein mathematisch den Betrag aus dieser Spannung nehmen, hier bei der Betrag und dann den Mittelwert, der Strich hier drüber, bilden. Von dieser Fläche unterhalb der Sinusschwingungen hätten wir quasi unseren Gleichrichtwert und bei diesem Sinus wäre das dann in dem Fall ungefähr hier. Haben wir uns wie gesagt Mathematiker ausgerechnet. Dieser Gleichrichtwert wäre 2 mal U-Dach durch Pi oder ungefähr 0,637 mal U-Dach. Das wäre quasi der Gleichrichtwert von der gleichgerichteten Sinusspannung. Wenn wir sie nicht gleich richten, hätten wir nicht den Gleichrichtwert, sondern den Gleichspannungsanteil, also den linearen Mittelwert. Und da habe ich ja gesagt, wir haben hier Plus, hier haben wir Minus in der negativen Halbbilder, lineare Mittelwert von der Sinusschwingung in dem Fall wäre 0. Also haben wir da keinen, deswegen haben wir den gar nicht betrachtet. Wenn wir nun weitergehen zu unserem RMS, zu unserem Effektivwert, das wäre nochmal kurz zusammengefasst, eine Gleichspannung, die dieselbe Wirkung auf einen Widerstand hat, wie eine Wechselspannung mit dieser Effektivspannung. Bedeutet, wenn wir unsere Netzspannung nehmen, da haben wir 230 Volt. Ich habe ja gesagt, die Spitze oben hat 325 Volt, nicht 230. Bedeutet, diese Sinusspannung mit einer Spitzenspannung von 325 Volt hat auf einen normalen Ohmschen Widerstand dieselbe Wirkung, also der erwärmt sich genauso, als wie wenn man 230 Volt Gleichspannung auf diesen Widerstand aufgeben würde. Das Ganze haben wir gekriegt, indem wir die Spitzenspannung quadriert haben. Dann haben wir plötzlich nur noch einen positiven Bereich, haben dann diese Flächen hier runterklappen können und haben dann gesehen, dass hier genau U-Spitze zum Quadrat halber ist, haben da dann daraus die Wurzel gezogen und haben dann quasi irgendwie sowas rausgefunden wie U-Effektiv gleich U-Dach durch Wurzel aus 2. Das wäre die Formel gewesen für unseren Sinus. Ja, wie ich euch am Signalgenerator gezeigt habe, gibt es ja nicht nur Sinusspannungen, wir ziehen das Ganze jetzt nochmal ein Stück weiter. Wir haben hier eine Dreieckspannung, also quasi einen flachen Sinus. Und wenn man den jetzt mal quadrieren würde, weil wir wieder die Effektivspannung rausrechnen wollen, müssen wir ja vorher quadrieren. Root, Min, Square. Square ganz hinten, quadrieren. Min, Mittelwert, Root, dann am Ende nochmal die Wurzel draus ziehen, dass wir auf eine Spannung kommen. Jetzt könnte man glauben, wenn wir diese Dreieckspannung quadrieren, kommt irgendwie sowas hier raus, also eine Dreieckspannung da oben. Ist jetzt nicht der Fall. Warum nicht? Wenn wir hier unten bei 0, irgendwie was quadrieren, dann 0, irgendwas mal 0, irgendwas, das gibt für uns nicht irgendwie so eine Spitze, sondern das gibt eine interessantere Signalform, und zwar wie beim Sinus, das wird hier unten so ein bisschen abgerundet. Also die Dreieckspannung quadriert sieht genau so aus. Ihr könnt das ja mal beim Excel oder irgendwo euch ausrechnen, dann seht ihr das, dass das genau so aussieht. Wir haben also hier unten so flachstellen. Es ist jetzt natürlich schon wieder für uns ein bisschen blöd, eine Fläche zu berechnen, weil das kriegen wir nicht hin auf die Schnelle. Dann müssen wir wieder integrieren, machen, tun, und hier unten diese Flächen, das ist etwas mühsam. Ich habe es euch jetzt schon mal passend richtig geschnitten. Die Fläche da oben passt genau hier rein, die passt genau hier rein, die genau hier und die genau hier. Denn ich habe nachgeschaut, irgendwelche Mathematiker haben für uns schon nachgeguckt, was wir hier für einen Spannungsbereich haben. Wir haben hier noch einmal zur Versinnbildlichung hier oben U-Dach zum Quadrat. Und hier unten, wenn man das jetzt mathematisch ausrechnet, dass diese Flächen quasi da oben genau hier unten reinpassen, haben wir hier unten U-Dach zum Quadrat Drittel. Also hier unten haben wir ein Drittel dieser U-Dach Quadrat Spannung. Und genau bei einem Drittel sieht es so aus, dass wir hier die Flächen gleichbleibend haben. Das heißt, die effektive Spannung, die wir haben, sind U-Dach Quadrat Drittel. Jetzt müssen wir noch eines machen am Ende, das haben wir das letzte Mal ja auch schon mal gelernt. Wir müssen noch eine Wurzel draus ziehen, U-Effektiv gleich die Wurzel, weil wir wollen ja wieder zur Spannung zurückkommen. U-Dach Quadrat Drittel, das Ganze können wir wieder vereinfachen oder beziehungsweise die Wurzel auf die Bruchstriche aufteilen. Und U-Dach zum Quadrat, die Wurzel draus, da bleibt U-Dach übrig ohne Quadrat und unten bleibt Wurzel 3. Das heißt, bei der Sinusspannung war es so, dass die Effektivspannung U-Effektiv gleich U-Dach durch Wurzel 2 war. Und bei der Dreieckspannung ist es ähnlich, da haben wir quasi U-Effektiv gleich U-Dach, aber halt durch die Wurzel von 3. Nun betrachten wir die nächste Signalform. Das wäre unsere Rechteckspannung, die habe ich euch auch vorhin gerade gezeigt. Wir haben hier 0 Volt, wir haben plus 5 Volt, minus 5 Volt. Und was passiert jetzt, wenn wir diese Spannung quadrieren? Wir haben hier hinten minus 5 Volt, hier haben wir plus 5 Volt. 5 mal 5 gibt 25 und minus 5 mal minus 5 ergibt auch plus 25. Das bedeutet, die komplette Linie wird nach oben geklappt. Wir haben quasi eine durchgängige Linie und diese durchgängige Linie wäre U-Dach zum Quadrat. Und was ist eine durchgängige Linie? Das ist eine Gleichspannung. Also wir haben in dem Fall, wenn wir jetzt eine Rechteckspannung quadrieren, bleibt uns eine reine Gleichspannung übrig. Das heißt, die Fläche, die wir darunter haben, diese ganze rote Fläche hier, ist die Leistung, die wir dann übertragen. Und da brauchen wir jetzt keinen Mittelwert und nichts mehr bilden, weil wir haben ja ein Rechteck, da gibt es keinen Mittelwert davon. Das heißt, wir müssen da im Prinzip von U-Dach zum Quadrat. Der Mittelwert ist U-Dach zum Quadrat. Und damit wir wieder auf unser U effektiv kommen, müssen wir die Wurzel aus diesem Mittelwert ziehen. Und die Wurzel aus U-Dach zum Quadrat wäre wieder U-Dach. Das bedeutet U effektiv für die Rechteckspannung. Ziemlich interessant, ist gleich groß wie die Spitzenspannung von unserem Ausgangssignal. So, nun gehen wir zu einer sehr, sehr, sehr spannenden Signalform, die PWM-Signalform. Wir hatten bisher immer Wechselgrößen. Was bedeutet eine Wechselgröße? Wechselgröße, wir haben ein Rechteckssignal. Wir wechseln das Vorzeichen plus, minus. Wir haben irgendwo einen Nulldurchgang, an dem das Vorzeichen gewechselt wird. Eine Wechselgröße. In unserem Fall, PWM, haben wir plötzlich keine Wechselgröße mehr, denn wir wechseln nicht mehr das Vorzeichen. Klassischerweise geht eine PWM von 0 Volt bis zu unserem PWM-Pegel. 3,3 Volt, 5 Volt oder so weiter. In diesem Fall jetzt 5 Volt, also U-Dach wären hier 5 Volt für dieses PWM-Signal. Und jetzt gibt es hier noch ein paar andere Größen, die wir uns anschauen müssen. Einmal haben wir hier hinten unsere Periodendauer T. Und dann gibt es eine Zeit, die nennt sich T-On. Also die Zeit, wie lange unser PWM-Signal eingeschaltet ist. Denn ein PWM-Signal, klassischerweise kann man verschieden ein- und ausschalten. Also das wird mal länger, mal länger, mal länger. Wenn ich jetzt das PWM-Signal komplett durchlaufen lasse, hätte ich eine Gleichspannung. Und so kann man quasi exakt sich überlegen, wie groß soll diese Flanke sein, die ich hier gerne anzeigen würde. Jetzt lernen wir eine neue Größe kennen. Und zwar haben wir beim Sinus, beim Rechteck, beim Dreieck eine Thematik nicht angeguckt. Und zwar unseren Gleichspannungsanteil oder auch linearen Mittelwert genannt. Und dieser Gleichspannungsanteil bzw. linearen Mittelwert wäre unser U mit dem Strich drüber, ohne die Betragsstriche auf der Seite. Und das war ja bei unserem Sinus, habe ich ja gesagt, Plus und Minus hebt sich auf. Der lineare Mittelwert ist Null. Wir haben also keinen Gleichspannungsanteil auf unserer Leitung. Und das ist jetzt eine ganz interessante Größe, denn dieser lineare Mittelwert bedeutet, dass wenn wir das jetzt über die Zeit betrachten, wir quasi eine Gleichspannung auf unserer Leitung drauf haben. Und in unserem Fall führt diese Gleichspannung daher, dass wir eben einfach keine negative Flanke haben. Und wenn wir irgendwo Plus auf eine Leitung geben, egal wie lang das Ganze ist, bleibt ein gewisser Gleichspannungsanteil auf der Leitung zurück. Und wie groß dieser Gleichspannungsanteil jetzt ist, ist auch wieder einfach auszurechnen. Wir haben jetzt wieder unsere Fläche, die hier drunter sich unter diesem Rechteck befindet. Und jetzt müssen wir einen Punkt finden, der genauso groß ist, eine Spannung, dass wenn wir diesen Punkt nach rechts durchziehen, dass wir quasi einen Gleichspannungsanteil haben, wo diese Fläche hier unten reinpasst. Wie können wir das jetzt ausrechnen? Wir haben quasi ein Rechteck, das ist wie groß? Das rote Rechteck wäre T on mal U Dach, die Fläche davon. Und das blaue Rechteck wäre unser linearer Mittelwert, hier linearer Mittelwert, mal T, mal der gesamten Dauer. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze jetzt irgendwie in eine Formel kriegen. Die Flächen sind gleich groß. Bedeutet, wir können hinschreiben, T on mal U Dach gleich U Mittelwert mal T. Und wo wollen wir hin? Wir wollen zu unserem linearen Mittelwert, also U Mittelwert gleich. Das T schieben wir auf diese Seite rüber. T on mal U Dach durch T. Und um das Ganze noch ein bisschen schöner hinzuschreiben, U Dach mal T on durch T. Somit hätten wir jetzt unseren linearen Mittelwert, unseren Gleichspannungsanteil, also diese Spannung, Gleichspannung, die von unserem PWM-Signal auf der Leitung aufgebracht wird. Der lineare Mittelwert ist eine Größe, die soll man nicht vernachlässigen, weil wenn irgendwo ein Gleichspannungsanteil drauf liegt, bedeutet das, dass wir irgendwo ein Potenzial haben und dass wir da irgendwie immer Probleme kriegen können. Also da müssen wir uns ein bisschen das im Hinterkopf behalten und drauf aufpassen. Nun haben wir uns diesen linearen Mittelwert angeschaut, U Mittelwert oder auch U Dc, also U Gleichspannungsanteil genannt. So, jetzt schauen wir uns aber wieder unseren Effektivwert an, weil das ist das, was wir vorher schon zur Genüge gemacht haben und das kennen wir jetzt auch ganz gut. Wir quadrieren also für unsere Effektivspannung, Rout-Min-Square, wir quadrieren wieder unseren Wert. Wir haben also hier U Dach zum Quadrat. Wir haben hier unten wieder unsere Zeit, die wir einschalten. Und wir haben hier hinten wieder unsere Periodendauer T. Jetzt müssen wir uns wieder eine Fläche überlegen, die äquivalent mit dem Ganzen ist, bedeutet, wir ziehen uns hier wieder irgendwo eine Linie rein. Und die Fläche hier oben muss gleich groß sein wie diese gesamte Fläche hier unten. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, haben wir hier ja wieder U effektiv zum Quadrat. Die Fläche da drunter, die blaue Fläche, diese hier, muss gleich groß sein wie unsere rote Fläche, also die hier. Wir schreiben es uns also wieder hin. Die rote Fläche wäre U Dach zum Quadrat mal T on. Und die blaue Fläche wäre unser U effektiv zum Quadrat mal der großen Periodendauer T. Und jetzt gehen wir wieder auf unser U effektiv zum Quadrat gleich U Dach zum Quadrat mal T on durch T. Ich schreibe es gleich richtig hin. Da ziehen wir nur die Wurzel draus. Kriegen wir also einen Wert U effektiv gleich Wurzel aus U Dach zum Quadrat mal T on durch T. Und die Wurzel aus einem Quadrat, wir können das Quadrat rausziehen, bedeutet, wir haben hier U Dach mal Wurzel aus T on zu T für die Effektivspannung bei einem PWM-Signal. Nun schauen wir uns noch eine weitere Formel für die Effektivspannung an, nur damit wir noch mal eine andere Größe sehen, wie wir das ausrechnen können. Die Effektivspannung, da kann man jetzt wieder mit unseren rechtwinkligen Dreiecken rechnen, Satz des Pythagoras, wäre gleich groß wie U AC zum Quadrat plus U DC zum Quadrat. Und daraus die Wurzel. Also wenn wir das jetzt grafisch lösen würden, das Ganze, kriegen wir eine Effektivspannung raus. Die gleich groß ist wie der Wechselspannungsanteil plus der Gleichspannungsanteil jeweils im Quadrat und die Wurzel draus, weil wir es eben über die rechtwinkligen Dreiecke lösen müssen. Bedeutet, wir haben unseren Gleichspannungsanteil hier, können unseren Effektivwert hier ausrechnen und könnten dann zum Beispiel uns ausrechnen, wie groß unser Wechselspannungsanteil von dem Signal wäre. Und das wäre dann quasi die Wurzel aus U effektiv minus U DC zum Quadrat jeweils und die Wurzel aus dem Gesamten. Das wäre dann unsere Wechselspannung, unser Wechselspannungsanteil von dem Signal. Somit haben wir jetzt das Signal für uns in der Leichtrotechnik eigentlich völlig beschrieben. Wir wissen, wie viel Energie wir über die PWM übertragen können. Wir wissen, welche Gleichrichtwerte er hat. Wir können Wechselspannung und Gleichspannungsanteil ausrechnen. Somit sind wir für heute fertig. Nächstes Mal geht es dann endlich richtig in die Praxis. Wir haben Messgeräte hier. Wir gucken uns das Ganze mal mit Messgeräten an, was für Probleme tauchen auf, was kann passieren. Und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vergesst den Daumen nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao.